Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal NoTimeMMA. Auf meinem Kanal erwarten euch täglich neue MMA-News und vieles mehr. Aber jetzt erstmal viel Spaß beim Video. Aufgrund der aktuellen Ereignisse im Zusammenhang mit dem Coronavirus rät der Krisenstab der Bundesregierung dazu, Großveranstaltungen mit über 1000 Zuschauern nach Empfehlung des Robert-Koch-Instituts bis aufs Weitere abzusagen. Während zahlreiche Messen inzwischen aufgeschoben wurden, lief der Sportbetrieb in Deutschland vorerst normal weiter. Inzwischen finden jedoch auch Fußballspiele ohne Beteiligung von Zuschauern statt. Besonders bei Indoor-Veranstaltungen in begrenzten Räumlichkeiten ist das Risiko einer Übertragung von Covid-19 erhöht. So entschloss sich auch die GMC dazu, das für den 18. April geplante Event in der Mitsubishi Electric Arena in Düsseldorf aufzuschieben. Am 27. Juni 2020 soll die Veranstaltung am gleichen Ort nachgeholt werden. Anbei das offizielle Statement der Veranstalter der German MMA Championship. Das Coronavirus hat in den letzten Wochen in das Alltagsleben eingegriffen und breitet sich leider Gottes aus. Man hat aber Einfluss darauf, wie schnell Groß-Events mit über 1000 Besuchern abgesagt werden müssen. So wurde auch bereits die FIBO verschoben auf Oktober oder Bundesliga- sowie Champions-League-Spiele finden bereits ohne Zuschauerbeteiligung statt. Vorsorglich, da bei uns die Gesundheit unserer Zuschauer und Kämpfer an erster Stelle steht, müssen wir die GMC 25 schweren Herzens leider verschieben. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Am 27. Juni holen wir GMC 25 an gleicher Stelle nach in der Mitsubishi Electric Arena in Düsseldorf. Wir danken für euer Verständnis, bleibt gesund und wir sehen uns im Juni. Ja, also auf jeden Fall finde ich das sehr gut, dass die GMC sich auch an diese Bedingungen gehalten hat. Natürlich schade wegen des Events. Christian Eckerlin ist ein ehemaliger deutscher Fußballspieler und Mixed Martial Artists Kämpfer, der zurzeit im Mittelgewicht antritt. Er ist aktueller Mittelgewichtschampion der German MMA Championship und ein Member der Hells Angels. Seine ersten professionellen MMA Kämpfe bestritt Eckerlin am 12. September 2009. Am 19. März 2019 erkämpfte er sich gegen Nijad Nasubovic, den Titel im Mittelgewicht der GMC. Er hat einen Pro-MMA-Rekord von 11 Siegen und 5 Niederlagen. 5 von diesen 11 Siegen sind durch K.O. zu verzeichnen. Christian Eckerlin sollte ebenfalls bei der GMC 25 antreten und seinen Titel dort verteidigen. Eigentlich gegen Dustin Stolzfuß, welcher aber in die arabische MMA-Organisation Brave gewechselt ist. Für Eckerlin muss für die GMC 25 also ein anderer Gegner gefunden werden. Auf Social Media teilte er jedoch sowieso mit, dass seine Hand gebrochen sei. Also selbst wenn das Event nicht verschoben worden wäre, hätte er dort nicht kämpfen können. Somit hat er immerhin Zeit, sich zu erholen und vielleicht werden wir ihn bei dem Event im Juni sehen, falls Corona das überhaupt möglich macht. Trainieren tut er auf jeden Fall auch im MMA-Spirit und entwickelt sich dort mit seinen High-Level-Trainingspartnern immer, immer weiter. Ich bin hyped, ihn wieder im Käfig zu sehen und schade, dass das Event jetzt auch verschoben wurde. Aber in Deutschland werden die Einnahmen nun mal hauptsächlich von den Tickets eingenommen. Deshalb ist sowas wie ohne Zuschauer zu kämpfen, wie bei der UFC zum Beispiel, im deutschen MMA einfach noch nicht möglich. Ja Leute, jetzt würde mich nochmal interessieren, was ihr dazu sagt, dass der Kampf von Eckerlin verschoben wurde und dass die ganze GMC 25 auch verschoben wurde auf Juli. Findet ihr es gut oder eher schlecht und es hätte auch so ein Event ohne Zuschauer wie bei der UFC geben müssen? Lasst es mich in den Kommentaren wissen und lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da, wenn euch dieses Video gefallen hat. Das war's und bis zum nächsten Mal. Ich bin raus, euer NoTimeMA. Das war's und bis zum nächsten Mal.